Nickelback oder besser Nickelback are back mit ihrem neuen Album here and now und das heißt sie kommen natürlich zu Clixoom. Chad und Ryan sind bei uns zu Gast und ihr habt wieder die Möglichkeit ihnen eure Fragen ganz persönlich zu stellen. Die Besten kommen dran und das heißt natürlich wie war es noch mal einfallsreich kreativ sag ich glaube ich immer Infotext lesen und am besten natürlich eine Videofrage und dann steht eurem Antwortglück durch Chad und Ryan eigentlich fast nichts mehr im Wege. Also haut rein, bleibt dran, bis dann!